Ich begrüße Sie recht herzlich zur Veranstaltung Corona im Fokus, der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Erforschung der Pandemie. Wenn ich das so richtig sehe, von den Teilnehmenden begrüße ich ja doch einige aus dem Landtag, freue mich, dass sie dabei sind. Ich sehe auch eine Kachel von Herrn Cooper. Also freue mich auch, dass der Präsident des Landtags dabei ist. Große Ehre für uns. Organisiert wird diese Veranstaltung von der Heinrich Hein und Sette Düsseldorf. Mein Name ist Stefan Marschall. Ich bin Bürorektor für Internationales und Wissenschaftskommunikation. Ich darf Ihnen auch die besten Grüße von unserer Rektorin, von Professor Dr. Anja Steinbeck ausrichten. Diese Veranstaltung, die wir heute machen, reiht sich ein in Veranstaltungen, die wir in Kooperation mit dem Landtag seit geraumer Zeit durchführen. Wir haben eine Veranstaltung zur künstlichen Intelligenz im Frühjahr abgehalten, im letzten Frühjahr, Anfang des Jahres, als es noch ging, zu Covid-19 und den Auswirkungen auf die Wirtschaft. Im November 2021 wird es dann noch mal ein parlamentarisches Frühstück zum Thema Gesundheit und Gesellschaft geben. Das ist also ein Teil einer Veranstaltungsreihe, wenn Sie so wollen. Heute nehmen wir Corona in den Fokus, weil Corona uns weiter in den Fokus nimmt. Der Landtag hat heute ja ein weiteres Mal auch über Corona und die Maßnahmen diskutiert. Insofern ist das Thema uns allen ja sehr präsent. Dieser Teil oder diese Veranstaltung selbst verstehen wir dann auch als Teil unserer wissenschaftlichen Unterrichtungspflicht dem Landtag gegenüber, in dem ja nun auch zunehmend wichtige Entscheidungen und Meinungsbildung stattfinden um die Pandemie. Für die weitere Moderation übergebe ich nun an Frau Dr. Anja Sussdorff, Frau Sussdorff, die die Veranstaltung jetzt weiter vorstellen, einführen wird. Dankeschön. Ja, vielen Dank Stefan für die Begrüßung und auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Diskussionsrunde Corona im Fokus der Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Erforschung der Pandemie. Wie schon erwähnt, Anna Sussdorff ist mein Name. Ich bin Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin. Ich forsche und lehre im Bereich der Digitalisierung und Politik hier an der HU. Heute darf ich diese Online-Diskussion moderieren. Wir wollen über aktuelle Entwicklungen zum Pandemiegeschehen sprechen. Welche Maßnahmen zur Eindämmung scheinen sinnvoll? Was wissen wir überhaupt über die Virusmutation? Aber auch, wie akzeptiert sind eigentlich die Maßnahmen bei der Eindämmung des Virus oder wie hoch ist die Impfweise? Das sind nur einige der heutigen Fragestellungen, die wir in den Fokus nehmen wollen. Und damit möchten wir Ihnen, wie Herr Marsha schon gesagt hat, ein Stück weit Einblicke in die aktuelle Forschungsarbeit zur Pandemie geben. Das verbindende Element stellen die Methoden der künstlichen Intelligenz dar und damit die Frage, wie können sie eigentlich eingesetzt werden bei der Erforschung der Pandemie? Ich freue mich auf die Impulse und auf den Austausch mit unseren Gästen. Und damit begrüße ich zum einen natürlich Sie, liebe Abgeordnete, aber unsere drei Podiumsgäste auch. Und das wären zum einen Herr Professor Dr. Jörg Timm. Herr Timm ist Virologe an der Heinrich-Heine-Universität hier in Düsseldorf und er ist Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo, Herr Timm. Hallo, ich grüße Sie. Als zweiten Gast möchte ich begrüßen, Herr Professor Dr. Alexander Detay. Er ist Bioinformatiker an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln und er ist Mitglied der Forschungsgruppe Entscheidungsfindung mithilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz hier auch da an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Hallo, Herr Detay. Guten Tag, hallo. Und der dritte im Bunde ist Herr Professor Dr. Frank Marcinkowski. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Lehrstuhlinhaber hier am Institut für Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität. Er ist Leiter des Projektes Meinungsmonitor künstliche Intelligenz. Zuvor hatte er Professuren an Universitäten in Zürich und Münster und seine Arbeitsgebiete sind unter anderem politische Kommunikation, aber auch wie Menschen auf neue Technologien und Wissenschafts- und Technikkommunikation reagieren. Ja, nun möchte ich an unseren ersten Gast übergeben. Herr Tim wird uns aus virologischer Sicht auf den aktuellen Stand bringen, vor allem mit Blick auf die neuen Virusmutationen. Herr Tim, wir freuen uns und die Bühne gehört Ihnen. Ja, vielen Dank, Frau Sussdorf, für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, man kann meinen Bildschirm jetzt sehen. Sind die perfekt? Gut, ich werde mit Corona aus virologischer Sicht beginnen. Ich bin natürlich eher für die Virologie und vielleicht nicht so sehr für die künstliche Intelligenz verantwortlich hier in diesem Rahmen. Aber wir sehen natürlich, dass Virusforschung momentan ja auch sehr stark datengetriebene Forschung ist. Und ich habe mir überlegt, dass wir uns vor allen Dingen mit Blick auf die Varianten einmal ganz kurz die Situation, wie wir sie jetzt hier in Deutschland haben, anschauen und würde ganz gerne einen kurzen Überblick machen, was das überhaupt bedeutet, diese aktuellen Varianten. Wenn wir uns anschauen, was Viren eigentlich machen während ihrer Vermehrung, dann ist das wie bei anderen Säugetieren oder auch Bakterien genauso. Es werden immer wieder Mutationen gemacht. Das ist etwas, was in der Natur grundsätzlich vorkommt. In der Regel ist das ja eher ein Fehler, ein Problem für den Organismus. Bei Viren ist das im Grunde nicht anders. Fehler sind erst mal, wenn das Erbgut vermehrt wird, wenn man sich vermehrt Mutationen macht, dann ist das was schlecht ist. Es gibt aber besondere Situationen, dann ist ein Fehler vielleicht auch mal ein Vorteil. Dann wird es selektiert. Das heißt, dieser Fehler im Sinne der Evolutionstheorie von Darwin stellt dann also einen Selektionsvorteil dar und diese Mutationen können sich dann eben doch vermehren. Und das ist etwas, was bei Viren sehr schnell passieren kann. Da gibt es Beispiele, das kann innerhalb von wenigen Tagen passieren, bei HIV oder bei Hepatitis C-Viren. Und jetzt sehen wir eben genau die Situation eben auch bei Coronaviren, wobei man immer wieder sagen muss, Coronaviren gehören eigentlich nicht zu den Viren, die besonders häufig diese Fehler machen, Mutationen machen, aber Viren generell zu den Organismen, die das im Vergleich beispielsweise zu Säugetieren relativ häufig machen. Aber in der Viruswelt sind da Coronaviren eigentlich tatsächlich jetzt gar nichts Besonderes. So, was bedeutet das jetzt für uns? Und was kann so eine Selektion machen? Was kann der Selektionsvorteil sein? Und da gibt es jetzt zwei Beispiele, die ich einmal nennen will. Das eine ist eine Selektion für höhere Ansteckung. Also aus Sicht des Virus muss man das ja immer argumentieren. Ist es natürlich für die Verbreitung besonders sinnvoll, möglichst viele Menschen anzustecken oder viele Wirte, in dem Fall jetzt hier bei uns den Menschen. Es ist gar kein Vorteil für das Virus, den Wirt zu töten. Im Gegenteil. Eigentlich hat ein Virus einen besonders guten Vermehrungszyklus, wenn der Mensch möglichst unbeeinträchtigt möglichst lange durch die Gegend laufen kann damit und dann eben das Virus weitergetragen werden kann. So, also Selektion für höhere Ansteckung ist etwas. Und wenn man sich das jetzt einfach nur mal als Zahlenspiel vorstellt, wir haben ja so die Vorstellung, dass bei dem Coronavirus üblicherweise, das ist ja etwas, was wir mit Maßnahmen beeinflussen können, aber üblicherweise vielleicht zwei Personen anstecken, wenn wir keine guten Maßnahmen haben von einer infizierten Person. Wenn wir jetzt aber eine veränderte Variante haben, die dann nicht mehr zwei, sondern stattdessen drei Personen ansteckt, dann klingt das jetzt erstmal nicht nach so einem besonders großen Unterschied. Wenn man aber dann weiterrechnet, dass von diesen dreien dann wieder drei Personen angesteckt werden und von denen dann jetzt schon neun dann wiederum jeweils drei, dann merkt man, dass in diesem exponentiellen Wachstum dieser kleinen Unterschied sehr schnell einen sehr großen Unterschied macht. Und das ist dann natürlich, wenn nicht gleichzeitig die Sterbigkeit von diesem Virus sich verändert, also das heißt, wenn gleichzeitig wirklich genauso viele schwer erkranken wie vorher, dann ist das natürlich ein Problem. Und das ist etwas, was wir momentan tatsächlich beobachten mit dieser sogenannten B.1.1.7 Variante. Das ist diese Variante, die zuerst in England beschrieben wurde. Das heißt, da sieht es so aus, dass da eine Mutation drin ist, die wahrscheinlich, das ist jetzt noch nicht ganz sicher geklärt, aber die wahrscheinlich das Andocken von dem Virus an die Zielzelle verbessert. Das ist diese Mutation N501Y. Und ein verändertes Virus, das diese Mutation trägt, verbreitet sich eben schneller. Und wenn man sich dann Daten aus England eben auch anguckt, dann sieht man, dass diese Variante anteilig die ursprünglichen Varianten nahezu in kurzer Zeit, also in wenigen Wochen komplett verdrängt hat. Also das ist der Selektionsvorteil, der hier ganz offensichtlich ist, der eben dazu führt, dass diese Variante sich so schnell überträgt. Was man allerdings auch sagen muss, diese Variante aus England spielt für die Immunantwort erstmal keine Rolle. Und das wäre jetzt der zweite Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte. Es gibt einen zweiten Grund für Selektion. Das ist der Selektion von Immunescapes, so nennen wir das. Das heißt, dass Varianten sich verbreiten, gegen die unser Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert. Also wenn wir beispielsweise jemanden haben, der hat keine Immunität gegen das Coronavirus, der hat dann eine, wenn er geimpft wurde oder wenn eine Infektion erfolgreich überstanden ist. Und nach den Mechanismen der Immunität ist das so, dass diese Personen dann im Anschluss eben durch dieses Wildtyp-Virus nicht mehr infiziert werden können. Oder zumindest nur noch sehr schlecht. So und wenn wir aber jetzt Varianten haben, die diesen Immunescape machen, die also sich so verändert haben, dass die Bestandteile unseres Immunsystems diese Variante nicht mehr so gut erkennen können, dann können Infektionen trotzdem stattfinden. Auch das ist ein Selektionsvorteil, der vor allem dann greift, wenn die Immunität in der Bevölkerung schon relativ breit vertreten ist. Und da sind wir ja in Deutschland momentan noch relativ weit von entfernt. Aber mit zunehmenden Impfprogrammen, die ja jetzt Gott sei Dank in die Fläche kommen, haben wir natürlich genau diese Phase, wo diese Immunescape-Varianten vielleicht auch zum Problem werden können. Und dass das ein reales Problem sein kann, zeigt sich eben mit einer anderen Variante. Das ist vor allen Dingen die aus Südafrika, die auch eine Zahlenbezeichnung hat, hier mit diesem B1351. Es gibt eine ähnliche, die etwas anders bezeichnet ist, aus Brasilien, die aber im Grunde die gleichen Eigenschaften besitzt. Und da sieht man, dass vor allen Dingen Antikörper, die gegen dieses Virus gerichtet sind, nicht mehr so gut binden können. Das ist unten in dieser Grafik dargestellt. Das soll einfach nur zeigen, dass in der rechten Gruppe, da wo diese Antikörper gegen diese Variante gerichtet sind, eben die nicht mehr so gut binden können. Sie binden aber immer noch. Sie binden nur schlechter. Und das ist auch etwas, was man immer wieder hervorheben muss. Es bedeutet also nicht, dass eine Immunantwort gegen diese Varianten auf einmal komplett nutzlos ist oder komplett versagt, sondern sie ist einfach nur nicht mehr ganz so effizient gegen diese Varianten. Also auch da hilft immer noch eine Impfung, um auch vor Varianten zu schützen. Das ist also die Nomenklatur zu den Varianten. Und das sind die beiden Mechanismen. Die muss man auch so ein bisschen trennen. Also verbesserte Übertragbarkeit und, ich sag mal, das Ausweichen des Virus vor einer effizienten Immunantwort. Und wie ist jetzt die Situation in Deutschland? Wir haben ja jetzt zum Glück auch gute Programme, die angefangen haben, das kontinuierlich und konsequent zu beobachten. Und das sind jetzt die Zahlen von gestern, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht hat. Und wir sehen hier auch in Deutschland leider, muss man sagen, den gleichen Trend, den wir auch in allen anderen europäischen Ländern sehen, dass der Anteil dieser problematischen Varianten, also vor allen Dingen die B.1.1.7-Variante, das ist die mit der schnelleren Übertragbarkeit, dass dieser Anteil zunimmt. Und zwar jede Woche momentan sich ungefähr verdoppelt. Bei allen Unsicherheiten, die diese Daten hier jetzt noch haben, kann man aber sagen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit wir in einigen Wochen auch hier in Deutschland diese Variante als die dominierende Variante sehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir ganz konsequent eigentlich sicherstellen müssen, dass wir Maßnahmen, die wir haben zu Kontaktbeschränkungen in allen Lebenssituationen weiterhin einhalten müssen, weil ansonsten und damit wir genug Zeit haben, um die Impfprogramme wirklich in der Fläche auszurollen, damit wir eben möglichst lange diese Infektionszahlen noch niedrig halten können oder wieder niedrig halten. Sie sind ja jetzt gerade erst auf dem Weg nach unten, damit wir dann eben nicht wieder in so eine ansteigende Phase kommen. Und für NRW kann man sagen, decken sich das auch, decken sich da auch diese Zahlen. Wir gehen davon aus, da gibt es ja jetzt eine Untersuchung, die aus Münster koordiniert wird. Da liegen wir ungefähr bei acht Prozent dieser Varianten in NRW. Das heißt, das ist so ungefähr eine ähnliche Größenordnung wie das, was wir auch für insgesamt Deutschland dann beobachten. Und wir werden sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber das ist die Situation dazu. Das ist natürlich jetzt wichtig, dass wir Übertragungswege gut verstehen. Und auch das kann man aus den Sequenzen herauslesen, dass wir nicht nur nach Varianten suchen, sondern auch über den Sequenzabgleich verstehen können, wo kommen eigentlich Infektionen her. Da wird der Herr Dilltei gleich nochmal etwas zu sagen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit bis hierhin und wir können das gerne dann ja auch gleich noch in Fragen vielleicht besprechen. So, vielen Dank, Herr Tim, für diesen spannenden Einblick schon mal. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie Herr Dilltei mit seiner Perspektive als Bioinformatiker hier anknüpfen kann. Er wird uns jetzt, wie angekündigt, einen kleinen Einblick in den Einsatz von künstlicher Intelligenz geben. Bitte übernehmen Sie gerne, Herr Dilltei. Ja, vielen Dank. Sie können meinen Bildschirm sehen. Hervorragend. Ich würde Ihnen gerne kurz etwas dazu erzählen, was die sogenannte genomische Epidemiologie dazu beitragen kann, diese Pandemie wirklich besser zu managen. Jetzt natürlich die erste Frage, was bedeutet überhaupt genomische Epidemiologie? Das Wort hat hier zwei Teile, genomisch und Epidemiologie. Und daher werde ich mal ganz kurz auf diese beiden Komponenten eingehen. Also die erste Komponente genomisch. Was ist das Genom? Das Genom ist die Erbsubstanz eines jeden Lebewesens und auch Viren haben ein Genom. Im Fall von einem Coronavirus reden wir von circa 30.000 Basen von RNA-Erbsubstanz. Und diese Basen kann man sich tatsächlich vorstellen als eine lange Zeichenkette, die im Prinzip 30.000, also eine länger von 30.000 hat. Und in diese 30.000 Buchstaben legen im Prinzip fest, wie die Proteine, die das Virus macht, genau aussehen. Das hat der Herr Tim ja gerade schon angesprochen. Wie sozusagen die biologischen Fähigkeiten von diesem Virus sind. Und dieses Genom ist tatsächlich in jedem einzelnen dieser Millionen oder Milliarden von sogar Viruspartikeln, die in einem Infizierten herumschwimmen. Und früher war es schwierig, diese Genomsequenzen abzulesen. Aber heutzutage geht das ganz einfach. Zum Beispiel in Düsseldorf haben wir ja eine Technologie im Einsatz, die nennt sich Oxford Nanopore. Da ist das Sequenziergerät, das kann im Prinzip kaum größer als eine Hand und verbindet sich per USB mit ihrem Computer. Also das ist im Prinzip die Möglichkeit, die wir haben, Genome zu lesen. Und was bringt uns das jetzt? Das führt uns zur Epidemiologie. Epidemiologie ist ja im Prinzip die Wissenschaft davon, wie Pathogene, wie Infektionserreger sich ausbreiten. Wenn wir uns jetzt hier mal vorstellen, dass wir eine Infektionskette haben und dieses kleine rote gemeinaussehende Ding hier ist das Virus, das sich hier durch die Bevölkerung verbreitet, während im Prinzip die Zeit abläuft. Dann passiert das Folgende. Der Herr Tim hat ja schon gesagt, dass das Virus, während es sich selber repliziert, aber auch ab und an Fehler macht. Das bedeutet konkret, dass einzeln dieser 30.000 Buchstaben sich ändern bei der Weitergabe des Virus. Ich habe das hier mal so dargestellt in diesem Beispiel. Jetzt hier wird im Weitergabeprozess ändert sich die hundertste Position von irgendeinem Buchstaben in ein A. Weil wir jetzt eine Infektionskette haben, ist diese ursprüngliche Mutation auch an allen Nachkommen von diesem ursprünglichen Virus hier vorhanden. Jetzt ist es natürlich so, diese Mutationen können nicht nur am Anfang der Kette auftreten, sondern auch irgendwo in der Mitte, zum Beispiel hier. Das wäre dann, dass die 22.100. Position sich ändert. Auch die finden wir wieder in der Nachkommen. Und ebenso natürlich, wenn wir unten eine Mutation haben. Und der Trick der genomischen Epidemiologie ist jetzt der folgende. Die echte Übertragungskette in der Population kennen wir ja eigentlich in der Regel gar nicht. Aber diese Mutationsmuster hier, die wir an den Viren ablesen können durch die Genumsequenzierung, sind im Prinzip eine Art Barcode. Dieser Barcode sagt uns jetzt hier, dass zum Beispiel diese drei Individuen hier in der Infektionskette viel näher beieinander stehen, als zum Beispiel das oberste Individuum und das zweite hier. Weil die Mutationsmuster ähnlich sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass die drei Individuen hier vorher zusammen in einem Restaurant waren, dann sagen uns die genomischen Daten im Prinzip, dass es sehr wahrscheinlich hier zu einer Ansteckung gekommen sein könnte, auch wenn beispielsweise die Leute an unterschiedlichen Tischen gesessen haben. Umgekehrt, wenn wir wissen, dass zum Beispiel diese Patienten hier auf die Gemeinde auf die gleiche Schule gehen, dann sagen uns eigentlich die Mutationsmuster hier, dass obwohl die in die gleiche Schule gehen und vielleicht gleichzeitig krank geworden sind, es relativ unwahrscheinlich ist, dass es da tatsächlich zu einer Ansteckung gekommen ist. Diese genomische Epidemiologie kann uns also helfen, im Prinzip die Frage aller Fragen besser zu beantworten, nämlich wo und wie stecken sich die Leute besser an. Stecken sie sich an. Und genauso kann sie uns auch sagen, dass bestimmte Leute sich eben nicht gegenseitig angesteckt haben. Und nebenbei die Variants of Concern, die der Tim gerade schon erläutert hat, werden dabei ebenfalls mit identifiziert, weil man dabei das gesamte Genom des Virus charakterisiert. Gut, schöne Theorie. Was muss man tun, um das tatsächlich auch für ein verbessertes Pandemie-Management einzusetzen? Drei Erfolgsvoraussetzungen. Erstens Geschwindigkeit. Diese ganzen genomischen Daten müssen im Prinzip sehr schnell nach dem initialen Positiv-Test zur Verfügung stehen. Zweitens Vollständigkeit. Das heißt, je mehr Elemente der echten Übertragungskette man abbilden kann, desto nützlicher sind diese Daten. Und drittens, ganz, ganz wichtig, Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Eben nicht nur die genomischen Daten alleine angucken, sondern mit den klassischen Kontaktverfolgungsdaten und Bewegungsprofilen der Leute eben auch kombinieren. Zum Beispiel, wer war wann und wo in einem Restaurant. Das sind dann die Daten, die sozusagen man auf die genetischen Daten drüberlegt und zusammen kriegt man dann die optimale Interpretation. Ich bin sehr glücklich, Ihnen sagen zu können, dass wir seit diesem Montag tatsächlich eine Pilotstudie in Düsseldorf in Zusammenarbeit mit unserem Gesundheitsamt durchführen, bei der wir all diese Elemente hier zusammen implementieren. Das heißt, wir versuchen wirklich Daten für alle positiven Corona-Tests in Düsseldorf zu sammeln und melden das dann an unser Gesundheitsamt. Und wenn Sie sich sozusagen einen Live-Eindruck davon verschaffen wollen, was gerade so in Düsseldorf los ist in Bezug auf die genetischen Veränderungen von Corona, dann können Sie einfach auf diese Internetseite gehen, covgen.hu.de und Sie sehen hier so schöne Visualisierungen, die Ihnen die genetische Struktur von dem Virus zeigen. Das ist dann auch der Aspekt, wo die Data Science und wo die künstliche Intelligenz reinkommen. Wir generieren diese Daten und wenden dann Algorithmen auf so Clusterstrukturen an, um zu gucken, beispielsweise, wo könnten sich Leute gegenseitig angesteckt haben. Also in der Zusammenfassung, diese genomische Epidemiologie ist ein Tool für die verbesserte Erkennung von Infektionsketten und Clustern, was dann möglicherweise dazu genutzt werden könnte, tatsächlich auch effektivere Eindämmungsstrategien zu designen. Wenn man zum Beispiel weiß, wo die Leute sich gezielt anstecken, dann kann man auch da ganz gezielt hinein intervenieren. Und was wir als Zusatzeffekt bekommen, eine Überwachung der Evolution des Virus. Damit bin ich eigentlich auch schon fertig und wir freuen uns natürlich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, auch Ihnen vielen Dank, Herr Detay. Das war auch sehr anschaulich und verständlich. Vielen Dank. Ja, einen abrunden Blick richtet nun Herr Mazinkowski auf die gesellschaftliche Perspektive zu Pandemiegeschehen und zeigt uns ein paar Dinge zur Akzeptanz der BürgerInnen von künstlicher Intelligenz. The floor is yours, Herr Mazinkowski. Danke, Frau Sosdorff. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einem abschließend einen etwas anderen Blick auf den gleichen Gegenstand, nämlich den Blick des Sozialwissenschaftlers. Und als solcher interessiert man sich naturgemäß weniger für die Technik, die hier dahinter steckt, auch nicht für das Virus im engeren Sinne, sondern für die Gesellschaft und in meinem Fall konkret für die von der Pandemie betroffenen Menschen und noch spezieller für ihre Einschätzungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Kampf gegen das Virus. Wir erfragen die Meinungen der Menschen zur künstliche Intelligenz regelmäßig seit mehr als einem Jahr monatlich. Im Rahmen eines Projektes, das Frau Sosdorff schon genannt hat, nennt sich Meinungsmonitor künstliche Intelligenz. Dahinter steckt die Tatsache, dass künstliche Intelligenz wie jede Großtechnologie natürlich partiell auch auf Skepsis, auf Ablehnung bei Menschen stößt. Und es ist deswegen gut zu wissen, was die Menschen konkret davon halten, auch was sie davon wissen. Gerade in einem Land, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, diese Technologie an den Bedürfnissen von Menschen zu orientieren. Also im Rahmen dieses Projektes befragen wir monatlich rund 1000 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger zu ihren Sichtweisen auf künstliche Intelligenz in unterschiedlichen Feldern. Und im Juni des vergangenen Jahres, also kurz nach Beginn der Lockerung der Maßnahmen des ersten Lockdowns, haben wir einige spezifische Fragen zur Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Pandemiebekämpfung gestellt. Wir haben dabei eine Auswahl konkreter Technologien nachgefragt, die zu dieser Zeit bereits entwickelt waren und über die berichtet wurde und die zum Teil auch in verschiedenen Ländern dieser Erde eingesetzt wurden. Jetzt hoffe ich, das Bild geht weiter. Ja, hier sehen Sie einige technische Details dieser Umfrage. Die Feldarbeit hat Forsa gemacht, ein Institut, das Ihnen wahrscheinlich zumindest namentlich bekannt ist. Wichtiger als diese Details sind die Ergebnisse. Und die sehen Sie auf dieser Folie. Die Balken repräsentieren also jeweils eine spezifische Anwendung der Technologie und die blauen Teile der Balken signalisieren die Zustimmung der Menschen zur Anwendung dieser Technologie in der Pandemiebekämpfung. Und Sie sehen tatsächlich sehr hohe Raten der Akzeptanz, gerade für diejenigen Anwendungen, über die Herr Tim und Herr Dilltei gerade gesprochen haben. Aber selbst am rechten Ende dieser Grafik, also bei den Balken in der rechten Seite, wo es zu den ethisch eher umstrittenen Fragen geht, Einstufung von Patienten in Risikogruppen durch datengetriebene Technologien, Prognose von Überlebenschancen bis hin zu der Triagefrage. Selbst dort finden wir noch vergleichsweise hohe Werte. Beispielsweise finden wir ein erstaunliches, für mich erstaunliches Fünftel der Befragten, die die Entscheidung über die Reihenfolge der Behandlung, falls solche Entscheidungen getroffen werden müssen, also die sogenannte Triagefrage, bei einem Algorithmus besser aufgehoben sehen als bei Menschen. Uns überraschte diese zum Teil sehr hohe Zustimmung auch vor dem Hintergrund von anderen Ergebnissen, die wir haben. Wenn wir nämlich die Menschen ganz generell danach fragen, ob sie den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Gesundheitsversorgung befürworten oder ablehnen, haben wir ein durchaus polarisiertes Meinungsbild. Da ist dann ungefähr ein knappes Drittel generell dafür, ein knappes Drittel generell dagegen und das mittlere Drittel hat sich noch keine abschließende Meinung gebildet. Das heißt, man sieht, und das ist im Grunde auch nicht besonders überraschend, wenn die Menschen einen konkreten Nutzen einer Technologie vor Augen haben oder vor Augen geführt bekommen, dann steigt die Akzeptanz dieser Technologie. Und umgekehrt würde das bedeuten, dass überall dort, wo KI auf Ablehnung stößt, dass das wahrscheinlich zu einem Gutteil daran liegt, dass sich die Menschen nicht oder noch nicht vorzustellen vermögen, was man damit konkret machen kann. Und das ist dann auch schon die erste Botschaft dieser kleinen Input-Präsentation. Die zweite Botschaft, die steckt hinter dieser Grafik hier. Das ist im Grunde die gleiche, die sind die gleichen Balken noch einmal wie vorher, aber jeweils in zwei verschiedenen Fassungen, nämlich für die Teilgruppe derer, die sich selbst durch das Coronavirus aktiv gefährdet sehen und derjenigen, die sich nicht gefährdet sehen. Die Gefährdeten sind der grüne Balken. Und was Sie sehen können, ist, dass der grüne Balken in allen Fällen noch mal höher ist als der blaue Balken. Und zwar auch wiederum hier bei den ethisch durchaus kritischen Anwendungen. Also selbst jemand, der sich selbst als potenziell Betroffenen sieht, würde etwa die Prognose seiner eigenen Überlebungschancen lieber beim Algorithmus oder durch den Algorithmus durchgeführt sehen, als etwa von einem Mediziner. Und das ist dann auch die zweite Botschaft. Und sie lautet mit der gefühlten Bedrohung oder mit einer gefühlten Bedrohung, in unserem Fall durch ein Virus, wächst die Bereitschaft, sich auf eine Technologie zu verlassen, der man ansonsten eher skeptisch gegenübersteht. Das sind eigentlich auch schon die beiden Botschaften, die ich Ihnen überbringen wollte. Das Ganze hier noch mal als Schlussfolgerung. Wir können wirklich sagen, dass diese datengetriebene Technologie in dem Falle einer Krise, dass einfach die Befürwortung, die Akzeptanz ganz generell steigt. Wir können sehen, dass die Menschen in der Lage sind, sehr genau zu differenzieren nach einzelnen Anwendungen, die sie eher wollen und die sie eher nicht wollen. Und wir können sehen, dass der wahrgenommene Nutzen einer Technologie dazu führt, dass die Technologie auf mehr Zustimmung oder zumindest Akzeptanz stößt. Ja, das war es, was ich zu sagen hatte. Und ich freue mich ebenso wie die Kollegen auf allfällige Nachfragen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.